Untertitelung des ZDF, 2020 Carolina Wachtmann wurde mit Faustschlägen und Messerstichen misshandelt. Dann sexuell missbraucht. Unmittelbare Todesursache ist Verblutung. Wie lange hat das deiner Meinung nach gedauert? In derselben Position wie Carolina Wachtmann. Bleibt die Frage, gibt es zwischen den Opfern noch mehr Berührungspunkte? Glaubst du wegen des Mädchens? Denkbar. Sie haben die Uniformen verbrannt. Aber noch nicht vollständig. Polizei! Mein Leben lang suche ich nach einer großartigen Stimme. Kannst du singen? Nein. Wenn ich mit dir fertig bin, sprichst du in einem Dialekt, den keiner versteht. Nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017